Das Turnier hier in Berlin ist zum einen sehr neu auf unserem Turnierkalender, deswegen ist es etwas ganz spezielles, was wir Reiter alle eben noch nicht so gut kennen und zum anderen ist es eben als Deutscher in Berlin in der Hauptstadt zu reiten vor einer Superkulisse mit richtig tollen Zuschauern ist etwas ganz besonderes.